Rückblick, Ausblick und vor allem Merci sagen, das möchte ich in diesem Video. In diesem Jahr habe ich gut 16'000 Fotos gemacht. Ziemlich ein Anstieg, weil mir gedacht, dass ich im letzten Jahr gut 3'500 habe gemacht. Und das hat dementsprechend natürlich auch viele Helfer und Modelle und Leute, die ein Licht hatten gebraucht. Und denen möchte ich auch mal Merci sagen. Und vor allem auch den Leuten, die meine Bilder schauen, teilen und liken etc. Merci vielmal. Und ich mag gar nicht gross, jetzt Leute hier aufzählen, weil sonst vergiss ich eh wieder die Hälfte. Darum einfach so allgemein. Auch gestimmt nicht ganz. Zwei Leute möchte ich besonders danken, weil die helfen mir einfach gerne wieder. Und sie sind wirklich gängerstellen, wenn man sie braucht. Und das ist das Anschein und die Küttel. Merci euch zwei vielmal. Sie sind super geil. Und schauen wir doch mal zurück, was dieses Jahr so passiert ist. Ich habe ein paar Shootings ausgewählt, die mich einfach cool haben, weil sie extrem lehrreich waren. Oder weil irgendetwas Spezielles dann ist passiert. Und angefangen hat das Jahr für mich so ein bisschen mit Hammerfall. So eine Metalband, die ich mit angefangen hatte. So ein bisschen meine Einstiegsdrogen in Metal gewesen. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich diese fotografieren kann. Weil die habe ich dann irgendwie vor 10 Jahren oder so mal gesehen. Zuerst mal. Und das war so ein bisschen das Highlight für mich. Und ein recht guter Start in dieses Jahr. Ein bisschen später habe ich dann das erste Shooting im Bandraum gemacht. Und zwar brauche ich den Bandraum so ein bisschen als Studio. Weil ich kein eigenes, nur ein Fotostudio habe. Und darum brauche ich den Bandraum, wenn ich irgendetwas Indoor machen möchte. Und es ist ein bisschen darum gegangen, das ein bisschen auszuprobieren. Und Thema so Metal, Rock. Und ja, sehr cool gewesen. Sehr viel gelernt dabei. Und ein paar coole Bilder gegeben. Auch coole Bilder. Und vor allem eine verdammte Sauerei hat es beim Mehl-Shooting gegeben. Das habe ich mit dem Mehl und dem Krieg gemacht. Und dort haben wir die Mehl eingefärbt. Und das waren gut 15 Kilo am Schluss, wo wir herumgeschossen haben. Eine verdammte Sauerei. Wir haben zwar wirklich alles abgedeckt. So mit Malerabdeck, Plastik. Aber es hat trotzdem eine verdammte Sauerei gegeben. Aber auch coole Bilder von dem her, hat es sich gelohnt. Und merci für meine Eltern für die Location. Und sorry für die Sauerei. Vom Farbigen ging es dann ein bisschen ins Gruselig hinein. Und zwar habe ich das Shooting schon länger geplant. Die Location habe ich schon länger gewusst. Und zwar das Haus bzw. der Keller meiner Grosseltern. Die haben wirklich ein verdammtes Haus. Und ich wusste dort, wo die irgendwie mal etwas machen wollen. So ein bisschen Thema Horror. So ein bisschen creepy halt. Und ich habe nie jemanden gehabt. Und ich dachte mir, die Person passt genau dort hinein. Einmal ein Konzert habe ich dann das Wettilehr kennen. Und dann habe ich dann gewusst, das ist genau die, die ich dafür gesucht habe. Und so habe ich gefragt. Und dann kam mir das Shooting gemacht. Sehr cool gewesen. Für dieses Shooting habe ich übrigens auch einen Sarg selber gebaut. Weil mit dem Auslehnen eines Sargs. Es ist nicht ganz einfach, sagen wir es so. Es ist allerdings nicht ganz Albus so gelaufen wie ich es vorgestellt habe. Und zwar wollten wir eben so ein bisschen Vampir machen. Aber die Zähne hatten wir einfach nicht. Die hatten wir einfach nicht. Die haben das nicht hergebracht, dass wir diese an Ort und Stelle bleiben. Und darum haben wir es dann so ein bisschen mehr in ein Mittelalter-Shooting umgewandelt. Muss man halt improvisieren so. Wir machen da schon mal noch etwas mit richtig Vampir. Richtig grusig. Und Kunstblut. Genau das Kunstblut hat auch nicht funktioniert. Das wollten wir selber machen. Aber üben das zuhause. Vom feuchten Keller ist es dann noch etwas feuchter geworden. Nass um genau zu sein. Und zwar sind wir in Bad Steffisburg mit Evelyn. Thema Unterwassershooting. Wir haben dann gefragt, ob wir den Pool nach Feierabend brauchen können. Für ein paar Bilder zu machen. Und das ist eines der wenigen Shootings in dem Umfang. Mit dem Aufwand, den ich mit meiner alten Kamera machen musste. Und deswegen, weil ich kein Gehäuse hatte, das ich mit dieser hier unter Wasser konnte. Und sie ist spritzwassergeschützt, aber eben nicht wasserdicht. Von daher lieber nicht unter Wasser mitnehmen. Und das ist sehr cool gewesen. Und vor allem sehr sehr lehrreich. Ich musste zum Beispiel merken, dass die Blitze nicht unter Wasser funktionieren. Beziehungsweise, dass die Funkauslöser nicht unter Wasser gehen. Und somit ist eigentlich die ganze Planung, die ich gemacht habe, wo ich die Lichter setze, etc. Und dann konnte ich über den Haufen werfen. Das war auch eines dieser Shootings, in denen ich viel improvisieren musste. Ich habe das ganz anders vorgestellt. Man hatte ja immer die Vorstellung, wie man das machen könnte. Und schlussendlich musste ich bei vielen Sachen merken, dass es einfach nicht funktioniert. Ich konnte zum Beispiel nicht einfach in den Pool reingehen und dann das Gefühl habe, ich konnte dort unter Wasser warten, bis sie dann kommt. Du treibst natürlich dann auf. Und so musste ich schauen, dass man irgendwie eine Ecke pressen kann. Und ich musste sehr viel improvisieren bei diesem Shooting. Aber das Ergebnis hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das war schon eines dieser Shootings, die wir über zwei Tage gemacht haben. Einfach aus dem Grund, weil es am Abend so dunkel wurde, dass man einfach kein Licht mehr hatte. Sprich, ich konnte ja nicht mehr fokussieren. Sprich, es gab keine scharfen Bilder mehr. Und dann haben wir gesagt, wir müssen hören. Die Bilder wurde schnell angeschaut und dachte, es hat ein paar Geile dabei, aber das geht noch mehr. Und so hatten wir dann auch die Möglichkeit, am nächsten Tag, bevor die Schwimmer kamen, die ganzen Frühschwimmer noch einmal in den Pool zu gehen und dann ein paar Fotos zu machen. Auch sehr interessant war der Tag. Die Lichtverhältnisse sind natürlich komplett in anderen. Beziehungsweise geht es umgekehrt. Es ist nicht irgendwie dunkel geworden, sondern irgendwie heller. Und dann vom Menschenfotel ist es in eine andere Richtung gegangen. Etwas, was Menschen eher gerne haben. Und zwar Wein. Ich hatte einen Auftrag, wo ich gut 40 Flaschen Wein gefotografiert habe. Die schöne Szene gesetzt. Ich habe dort ein wenig experimentiert mit dem Trockenen Eis und allem Möglichen. Auf jeden Fall war es sehr cool. Ich wusste ja, es wird cool, es wird spannend. Aber ich konnte doch hier recht kreativ sein und das hat mir sehr gefallen. Und es hat ein paar coole Bilder gegeben. Und kundersufrieden, das Büchchen, das es schlussendlich gab, ist gut gekommen. Und ein weiteres Highlight ist dann die Plattendolfi von der Band Mad Sucks gewesen. Und zwar nicht unbedingt wegen der Musik selber oder wegen der Band. Es war geil, es hat Spass gemacht und das geile Siche. Vor allem wegen dem Hausfotografen dort. Vincenzo habe ich dort erkennen und wir uns ein bisschen unterhalten. Über Kamera, über Technik etc. Und während dem Konzert hat man dann einfach mal seine Objektive die Hände gedrückt. Und das war sehr cool. Es waren nicht ganz günstige Objektive. Vor allem diese zwei Objektive, die ich dann ausprobieren konnte, waren zwei Objektive, die ich mir das nächste Jahr anschaffen wollte. Eines haben wir jetzt schon gekauft. Und zum zweiten kommt... Irgendjens... Man müsste das leisten. Ja, wie gesagt, das ist nicht ganz günstig. Und das war sehr cool, dass ich die einfach mal dort live ausprobieren konnte. Und ja, merci vielmals Vincenzo. Du bist ein sehr geiler Siche. Auf dem Konzert Solenturnen ist es dann wieder mehr ins Bern-Roberland gegangen. Und zwar bin ich bei Ramsey Routenverwärtigse in Oberdiensbach. Und dort habe ich mit dem Meli, also nicht mit dem Mel-Shooting-Meli, sondern mit dem anderen Meli, habe ich ein Shooting gehabt, das so etwas Thema war. Wasteland, Mad Max, Ende für Welt, Apokalypse und so. Und das war richtig, richtig cool. Vor allem, weil es mal so etwas das Gegenteil von den Schüssten-Shootings war. Normalerweise probierst du ja gerne alles möglichst sauber und überall jedes Herrchen und jede Pore und alles weg am besten. Und hier ist je dreckiger desto besser. Und das hat richtig Spass gemacht, mal ein Modell richtig einzuhalten. Und ja, ich habe dort wieder etwas selber etwas gebastelt. Und zwar habe ich aus dem alten Mai-Balkan eine Waffe gebaut. Die sieht man hier, genau. Wir werden einfach sein. Und einfach die Location ist sehr geil gewesen. Die Autofrax und so, das hat super in diese Szene gepasst. Und ja genau, die Schiebe haben wir noch einschlagen. Da gibt es übrigens noch das Making-of-Video dazu. Schauen Sie es doch mal an. Und ja, es war ein richtig cooler Tag. Wir hatten ursprünglich so 2 bis 3 Stunden geplant für die Shooting. Schlussendlich waren es irgendwie 4 bis 5 oder so. Aber vom Ende von der Welt bin ich dann in die Höhe von der Welt. Und zwar auf gut 2'000 Meter. Den Schnee zu suchen auf Melksee-Frut. Nein, ich hatte dort den Auftrag vor der Homepage, die ich gemacht habe. Das Weisky Moos. Schlittenhund. Und ja, Hunde, Schlitten, Schnee. Das war ein Thema. Und cool war ein sehr guter Tag. Und bei Nacht die Bändchen fahren, das ist einfach noch lustig. Das müsste man ausprobieren. Das ist wirklich noch speziell. Und wenn man spricht von Schnee, das ist meistens schon recht Dezember. Wir haben jetzt hier gar keinen Schnee leider. Und ich hatte eigentlich nicht mehr geplant für dieses Jahr. Aber als ich dann vor einer Feier bei Hause kam. Am 26. Dezember. Und den Mond habe gesehen. Und die geile Stimmung am Abend. Da konnte ich einfach nicht anders. Und die Kamera noch eins auspacken. Bei der Führung. Dunersee. Ich habe ein Panorama gemacht. Das sehr gut ist bei euch angekommen. Das hat mich sehr gefreut. Das geiles Bild gegeben. Und ich habe jetzt den Mond fotografiert. Vollmond gesehen. Wirklich richtig schön gewesen. Und schön ruhig vor allem dort. Kein Soll rum gewesen. Am Abend. Am 9. Oder so habe ich das Foto gemacht. Und ein sehr spontanes Shooting habe ich mit Sabrina gemacht. Vor ein paar Tagen. Und zuerst ist vorbeikommen. Ich habe ein paar Bilder angeguckt. Und mir ein bisschen gemacht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen. Hey. Man könnte eigentlich aus dem schönen Wetter. Ein bisschen sehen. Und dort zwischen den Bäumen. Ein paar Fotos gemacht. Ein bisschen für mein Zeitprojekt fertig. Ich habe Zwerge gemacht. Quasi mit dem Äckli. Und sie hatte. Und es gab dort ein paar coole Bilder. Und vor allem. Es war mal ein Shooting. Wo ich wirklich nichts dabei hatte. Wirklich eigentlich nur die Kamera. Und sie war dabei. Und was man eigentlich aus der Demo schon alles raus holen kann. Ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ist halt schon ziemlich geil. Und ja. Das ist es dann eigentlich gewesen. Für dieses Jahr. Oder ja. Es sind noch ein paar Tage. Vielleicht mache ich noch so etwas. Wir planen das nicht. Aber man weiss es nie. Auf jeden Fall. Das waren so die Highlights. Ein paar coole Shootings. Längst nicht alles, was ich gemacht habe. Aber so etwas, was mich gefragt hat. Was hast du dieses Jahr so gemacht. Und so ist es so etwas, dass man etwas hinbekommt. Nach dem Rückblick kommen wir zum Ausblick. Was ist geplant für das 2016? Viele coole Shootings. Mit vielen coolen Leuten. So kann man es zusammenfassen. Im Detail heisst es. Ich habe etwas geplant mit Feuer. Mit Autos. Es steht eine Hochzeit an. Ich will etwas mehr richtigen Akt machen. Viele mit Chatten spielen. Etc. Schwarz-Weiss viele Sachen machen. Ich habe noch sehr viele Ideen im Petto. Und ich glaube, dass ich möglichst viele von diesen umsetzen kann. Ich freue mich sehr. Und ich bin übrigens oft auf der Suche. Auch mal für die ganze Aktgeschichte. Wenn du auch Bock hast, dich zu foteln lassen. Irgendes cooles Hobby hast. Ein spezieller Beruf oder was auch immer. Oder einfach gerne Fotos machen lassen. Dann melde dich doch mal bei mir. Und wer weiss. Vielleicht kommt da etwas zu Stange. Wäre sehr geil. Und ja. Das war es für dieses Video. Merci nochmal für das Schauen. Für das Teilen und Liken. Von den Bildern etc. Und mich sieht es euch hoffentlich im 16. Würde mich über freuen. Und ja. Rutschen gut über. Einen schönen Zusammenhang. Der Bildern. T bailaisein. T bailaisein. T bailaisein. T bailaisein.